Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play A Bug's Life, das große Krabbeln, leider auf Englisch, mit einem Special Guest, Niklas. Sag hallo. Moin. Und wir fangen gleich mal an mit dem Training. Training Level. Follow Mr. Sol's Instruction to learn how Flick interacts with the world around him. Also wir sollen lernen die Steuerung im Prinzip. Okay. Hallo Flick. Ich lerne dir die Basis, wie man sich verteidigt mit Bären und mit Bären und... Oh geil. Cool. Okay, ich kann Bären durch die Gegend schmeißen. Ich sehe es nicht aus. Ach so, ich bin ganz von oder was? Ja, anscheinend. Wo holt er die denn her? Geil! Ey, wo holt er die Bären denn her, der da... Der zieht dir aus dem Hintern, siehst du das nicht? Ja doch Das finde ich cool Laber die Olle jetzt mal an Looking good Wenn faced with a last, then cooperative food Put your abdomen into it If you hit A twice, you see that what I'm talking about Das hier Juhu Fui Gibt's A Das musst du zweimal machen Ich weiß, ich seh's Pfff Oh cool, boing Schön, dass du uns das so schön auf Englisch erklärst, aber ich weiß genau was du meinst Die Olle zeigt einfach nur so ein komisches Schild hoch Hahahaha Das ist das So viel ist das Spiel 3? Nein, um 6, aber mach dir nichts raus, ich glaube es ist um 6 Oh mein Gott Ey, jetzt Ehhh So Ich will mir einfach in jedes Ding rumwirfen Ah, ja, okay. Pfff! Uh! Ein Blatt! Whee! Oh mein Gott! Ah, okay, jetzt muss ich da hoch. Hopp. Okay, das war jetzt schon mal übel schwer. Halt, da hängt gerade irgendwas. Ah, das K von Flick, von meinem Namen. Ey, da ist noch ein Buchstabe, zurück! Miep! Ah. Danke, dass du so gut aufpasst. Ja, da ist das L, ganz offensichtlich. Oh, geil! Ich hab Blaubeeren zum Schmeißen! Whee! Ich glaub, die machen mehr Schaden. Ich glaub, ich war wohl. Grenade! Ey, ich glaub, du hast das F verfehlt. Und das I auch, oder? Ne, das I hast du aufgesagt. Da ist was. Da, da, da. Höh, Flick! Fick! Ne? Und da sind Blumen, ey. Oh mein Gott! So ein hässliches Komisch-Eppos, da ist noch eins. Renn weg! Au, hässliches Vieh. Äh, äh, äh. Scheiße, es kommen keine Bären. Oun sie mit deiner Bären... Bärenattacke! Äh, 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 äh. Pff. Pff, go on then. Genau, mit so nem komischen Bär. Ah! Arschrutschen! Whee! Okay, das ist ein übelst geiles Fähigkeit. Whee! Okay, congratulations, level complete. Gut, wir haben das Level geschafft, das war auch nur Training, ich meine, kann ja nicht so schwer sein. Auch mein Maus ist die ganze Zeit im Weg, was ein Scheiß. Immer die Maus in Bild. Yeah! Flick, alle vier Buchstaben, yeah! Was ist das? Goldene Bier habe ich nicht. Das war richtig schwer, diesen Namen zu suchen. FNK. Do you want to save? Yes, I want to save. Ja, ja, please connect the Controller Pack. Do you want to save? Yes. Na, du kannst nicht save, du musst, ähm, ja, quicksave machen, glaub ich. Ja, muss ich mal eben kurz gucken, wie das funktioniert hier, so ne scheiße, Speicherblock. Block 1. System, Speicherblock. Jo, ist gespeichert. Hm. Spiel schon speichern, auch nochmal quicksave, so. Arntill, Ameisenhügel. Willkommen to Arnt Island, willkommen auf Ameisen-Insel. Insel? Level 1. Alarm, die Grassupfer haben uns gesehen, oder haben uns gefunden. Allemann verstecken. Ich muss den Eingang zum Ameisenhügel finden. Oh mein Gott, was geht, Digga? Alter, ich, das fliegt beim Furzen, guck mal mal. Äh, das Furz beim Fliegen. Oh mein Gott, oh mein Gott, was? AAAAAAAH! Ich glaub, das Ding will dich killen. Alter, wie dumm. Voll. Vor allem, das Vieh hat auch voll... Hat das geraucht? Hat das geraucht? Wie das eigentlich einfach vorbei gelatscht ist, ne? What the fuck? Was war das denn jetzt? Ja, ich glaub, das transportiert dich irgendwo hin, oder so. Oder es zeigt dir, wo du hin musst. Ah, okay, ja, das hat's mir wohl. Ja, ja, voll. Ich glaub, du musst dem Vieh nachlaufen. Ja, ich will aber so'n Samen mitnehmen. Wer weiß, wann ich die nochmal brauche, Alter. Bewegst, du hässliches Viech. AAAAAA, Hilfe! Alter, du kriegst ja Panikattacken. Ich glaub, dieses Spiel ist doch ab 16. Verpiss dich. Eeeee. Der Typ meint auch, wenn du 2 cm nicht hinter dem bist, ne? Oh, wir hier, oh, wir hier. Äh, äh, äh. den Prozent auch das blitzig um ein guter Rote Bären hatte sie größer als du ich bin aber also falls das noch aufgefallen sein sollte hat du hast doch sie getötet und so hat ein Kollegen getötet Nein, da flog noch so ein anderes Ding rum. Und warum sagt dieses komische Vieh nicht mehr over here und die Maus ist im Bild? Ich wusste, ich hätte das Ding mitnehmen sollen. Der Epic Fail. Ich wusste, ich hätte das Ding mitnehmen sollen. Sag mal, steht da so ein fetter Sack im Weg? Okay, die Sicht war gerade irgendwie... Was ist das denn? Wow, what the fuck? Was geht... Oh, hey! Da, ein Heildinger. Ein Heilblatt. Aua, aua, aua. Wee, brauche ich zwar nicht, aber egal. Wow! Warte. Dein. Scheiß, ey. Oh, weil hier halt die Fresse. Follow me. Das war's. Ah! Was ist das denn? Du darfst diese Pflanzen nicht weg, du musst auch diese Pflanze drauf, du brauchst diese Scheißteile nicht mitnehmen. Doch, dein... Mit dem, den kannst du auch nicht springen, mit dem, den kannst du auch nicht springen. Hier hinten, war doch da, wie soll ich da hochkommen? Deiner Meinung nach. Such dir auf diese Ebene jetzt auch so ein Teil. Ah! Ja, bleib im Weg. Verpiss. Du verfuhr. Hey lol. Da ist doch noch so ein Teil, da? Da sind nur welche. Halt, was ist das andere jetzt? Ich hab jetzt was Neues gekriegt. Oh nein, nicht gut, nein. Fui. Ich glaub, du kannst, wenn du, ähm, wenn du jetzt nochmal diesen Pilz nimmst und den anderen zum Pilz machst, dass du dann irgendwie doppelt springst, also auf den und auf den anderen. Ne, ich muss das hier mit dieser vergrößerten... What the fuck? Oh my god! Eine Ameise kann eine Hand schlafen, was ist das? Hä, soll der jetzt nicht eigentlich das Große machen? Doofe Stück? Ja, genau das sollst du tun, nix anderes. Huuuuu! Pff! Ich glaub, du musst das dann wieder anders vor. Oh! Jetzt musst du den Pilz wegmachen, dieses.. Läppchen eine Lecknahme und das soll austauschen ich habe aber momentan kein Pilz mehr, falls das nicht aufgefallen sein sollte ich hab nur das hier Nö, die Gruppe Nö, krank! Alter, what the fuck! Alter! Ich krieg hier Parnikatack mehr, so ein bisschen Name also die natürlich auch fliegen kann voll normal so jetzt muss da das Ding verpiss dich jetzt verarscht pass auf, da sind Dorn die machen den, glaub ich, Schaden oh mein Gott oh mein Gott ich will da oben dran irgendwie deshalb rutscht du auf deinen Arsch rum vielleicht irgendwie hier drüber ne ich nehme mal die Teile von da drum vielleicht hilft mir das ja jetzt komm her, jetzt pf 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 ich will die mitnehmen pf pf wieder pf 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 machen ja nein das wollte ich ja was kann das jetzt dreistöckig okay so wäre das alles natürlich viel leichter gegangen mal sehen wie komme ich jetzt da drüben dran hat hier nämlich eben noch so ein komisches korn übrig die kommen konnte es ja nicht mehr drüber das kannst du nicht mehr drüber nehmen lassen wir es mal aus der 8 gucken wir mal dass man weiter kommt oh hier ist der amersen-juge jahre congratulations level complete ich habe kein fli k gefunden falls das sollte wie fühle ich mich verhaust von dem spiel wir haben das safe no tunnels tunnels wir machen tunnels tunnels 2 grasshoppers arrival äh grasshopper erscheinen oder sowas egal Ah ja, mein Fehler hat das ganze Essen über den Haufen geschmissen und toll, ich bin doof. Ich muss Prinzessin Atta warnen. Cool. Wieip! Genau, vor allem er rutscht da nur rum und tötet die Gegner. Oh mein Gott. Voll normal. Das hier sieht nicht gesund aus. Nicht da lang? Das ist abgeschmissen. Hat er gerade gesagt, I need more grass? No, er hat gerade gesagt, nice one. Nein! Oh, ja genau. Ah! Was ist das denn für lässliches? Jetzt! Komisch ist etwas, spring rüber. Ah! Was soll das hier? Noch so. Oh. Boah. Tunnel, Leuchtpilze, die leuchten und mir Licht geben, aber sonst ist alles okay. Minecraft nachmachen. Ja. Übel. Oh mein Gott, bist du über den scheiß Wurm gesprungen. Oh, ja, bye bye, buddy. Oh, Amorglauf mit Bären! Wow! Oh, what the fuck, ich will da oben dran. Leute, Melone! What the fuck ist eine Melone? Okay. Für Melone natürlich eine Arschbombe machen, ist normal, ne? Ah, noch so scheiß Wurm. Hier brauche ich wahrscheinlich diesen hässlichen. Toll. Diese komischen Fliegeteile brauche ich dafür, dass du das momentan abheben kannst, weiß nicht. You know? Oh Gott, das ist ja der Mittel lahm, Alter. Verpiss dich, nervt mich. Der von den Nervenwurm guckt einfach nur scheiß. Ah, 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 ah! Ah, noch so ein Wurm. Ah, ah! Boah, kommen die episch auf einander raus. Unauffällig. Ah, ah! So siehst du. Du, auf, au! Fick dich! Episch Essung, Digga! Boah! Toll, da vorne ist es wieder schlicht. Ich dachte, wollt ihr mich verarschen? Oh Gott, was ist das denn? Kack. Verpiss dich. Ich spiele das hier auf dem Nintendo 64 Emulator und ich muss sagen, FICKEN! Und ich muss sagen, es ist irgendwie nicht lustig. Nur vor allem, weil du auch voll die Ahnung hast, was du machen willst, ne? Wurm! Wurm! Ah, Meise! Hilfe! Hilfe! Scheint ja vorhin wie die rennen, Alter, und dann so ne Staubwolke kommt. Ah, die driften, die Dinger. Evil. Alter, die Würmchen, die... Ah, die Würmer hier finde ich cool. Toll, jetzt kann ich das Ding unten mehr mit da rüber nehmen. Wat'n Scheiß. Da ist ein neues, doch. Wenn du meins... Pfff! Aua, doofa Wurm! Du hast gar kein Leben mehr. Ja, ich weiß, ich hatte noch nie Leben. Oh, jetzt von aller Feinden! Du machst ja diese Riesenrankel nehmen. Ey, was ist hier? Ich glaube, da war es schon oder nicht. Du, das ist ein Mistvieh! Jetzt kann ich da überlang... Ah! Weeeeeee! Ah! What the fuck! Was geht? Was geht, Alter? Was geht, Alter? Was, Hüpfe? Ah, die nützen nix! Hilfe! Oh, mein Gott! Am Anfang war noch so ein Teil. Hilfe, komm, bist du! Ich glaube, du musst verleihen. Oh! Ah! Amok Laufen mit Bären! Wem was ich ein Aiming hab, Alter? Ich hab vorher ein Aim-Bot. Ich treffe immer. Wui! Oh, toll. Drei Münzen oder was das all mal darstellen soll. Körner. Hm? Woh! Und dann... Oh! Oh! Ah! rüstung an guck mal dein gesicht an alter voll voll der mini ninja das läuft hier ich glaube damit kannst du fliegen nee das glaube ich eher weniger weil wenn ich springe löst sich das ding wieder alles was mir im weg ist oh mein gott da ist das erst mal voll ein anfall scheiß fichter in der lindern nur wo ich jetzt eine sind goldbeere hat er sich 50 gegner um handelnden denn 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 stirbst du okay lol wo immer so auf dem scheiß los das war jetzt ein doofer witz oder ich muss damit irgendwie da rüberkommen scheiß teil ich glaube musst du nicht was ist das hier für eine blaubeeren pflanze und jetzt haben sie die blauen bämpeln bestimmt okay provisor Amy AIMBOT AIMBOT Ich habe einen AIMBOT im Kopf Was soll das? AIMBOT Deshalb ballerst du durch die Gegner Da ist das Ding Yeah, oh mein Gott Kommt hier keine Kopfschmerzen? Warte mal Ich habe jetzt schon wieder so eine neue Pflanze Ich kann jetzt glaube ich grüne Beeren Wow Schmeißen Warte mal, geh mal nochmal da hinten hin Bitte wo du gerade warst An diesen komischen Propellerding Mach dir mal so ein Propellerding Und dann renn mal wieder rum wie du gerade rumgerannt bist Ich glaube da musst du durch diese komischen Samen Diese komisch Rauch machen oder so Weiß ich nicht Ich glaube damit musst du dann da durch oder so Natürlich kann man da nicht mit springen Ne, das ist einfach nur glaube ich so so zur Verschönerung des Levels zu Ihnen So warte jetzt probiere ich gleich mal aus was hier die extra Beere bringt Oh geil, liegt sogar noch so ein Stein Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Die Dinger Schmeiß mal die in die Wand What the fuck Alter Voll Aiming Hilfe, Aiming Hilfe Voll der Wärmesucher, Alter Heatseeking So, jetzt kriegst du auf die Fresse, Dinger Heatseeking Ich will an mein L Ich will an mein L Au, Au, Au Seid nochmal ein Verblöde Und hopp Bin ich bescheuert Hast du die grüne Beene? Guck mal, die grüne Beere Jo Oh, Aiming Boah Die blaue Beere kannst du dir in den Arsch schieben, die will ich nicht Aaaaaaah 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 Alter, wette, schmeißt die nach vorne in deinen Fliegerstall Aaaaaaah 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 Perfect-Aiimboot Oh, übel Ich wusste, dass das kommt TION Noch so ein Teil Da Werf einfach nach vorne Ja genau Nein Bei einem Kangaroo kill Kangaroo kill Aimbot Das sind voll die geilen Zeile Renn einfach durch Renn einfach durch Ich drehe mich einfach nur Blöd im Kreis Verpiss dich Mein Gar Irgendwann bis ich vergessen kann da sein Flick Flick Ohne I Flick Aaaaaaah Werf 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 Scheiße nur ein Hit dann bin ich wieder tot Wuuu Wuuu Congratulations level complete Wuuu Wuuu Du hast das eh nicht Na und Sie haben alle 50 Samen oder was das sein soll Wuuu 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 Springer Thumper Hm die Waffe aus ME2 Ja Ich wette da gibt's von 2 Typen Thumper is bowling mad Because the ants have no food for the grasshoppers Wir müssen den grasshoppers essen geben Aber er ist böse weil er keins gekriegt hat Weil ich es ja wieder versaut habe Threatens to let Thumper crazy grasshopper attack princess Dot Also der lässt seinen Thumper die Prinzessin dort angreifen Flick muss sie retten und Thumper besiegen Hinnene Ich glaube Thumper ist der Typ Ach ne ehrlich Ich glaube das oben ist ein Leben Ach wie süß 5 Bären Ich glaube der war rechts Ahhhh What the fuck Was geht ab Verpisst dich Digger Ahhhh Oh ich kann einen blauen Bären pflanzen Nein ich kann einen blauen Bären pflanzen Ahhhh Hilfe Superberry Ok jetzt hab ich schonmal die blauen die machen schonmal mehr Aua Du kannst grün Ich weiß ich weiß noch nicht wie Verpisst dich Sie einfach raus Nein Jetzt pflanze die doch Verdammte Scheiße Moho drauf springen Das sind doch nur die blauen Ja weil du die grün weggemacht hast Ja weil du die grün weggemacht hast das ist ein boss camp jetzt checke ich das hier erst ich brauche das grün ich brauche das grüne willst du mich verarschen spring drauf ja immer wäre ja ich brauche noch die ganze scheiß korner hier da ist ein scheiß klar wer hat einfach was das zeug hält was das kann ich glaube du kannst ja um auf diesen scheiß draus oh mein gott ne lila beere what the fuck ah nuke beere war du hast es noch nicht ganz mit kriegten ich habe neue Bären ja ich weiß da ist aber da guck mal da ist er doch da ist mein F Digger ich will mein F und mein I und mein Fick und mein Lick so das war das ah nee das stinkt ja so nicht nein nein verpulich verpuss ich ja mach jetzt mal noch einen Umweg da hinten ist dieser Penna am rumfliegen das ist mir scheißegal ich will das Fick noch zusammen kriegen pflegt noch zusammenkriegen ah lol Aiming fail cool das Ding hat mir nachgeschrien ja jetzt ist auf die Fresse super Aimbeere Epic fail würde ich sagen nützt sauren kongressolations level complete schnitteln kongressol kongressol mein erdorf und sie klicks sei der fiel dann die und vielleicht Flick comes up with a plan to go to the city. Okay, ich hab einen Plan zur Stadt zu gehen. Und die größeren Käfer zu finden, um die Grassofer zu besiegen. Für die Kolonie und die Vereinigten, glaube ich, und die Vereinigten Ameisen überall. Flick muss auf den Wind mit dem... Mit dem Wind. Mit dem Wind, auf dem komischen Ding, was wir da auf dem Weg sehen, fliegen. Was von einer Pustenblume kommt, um zum Kenntnis zu kommen. Ein Polle. Und irgendein komischer Bird greift mich an, wenn es sonst nichts ist. Und du hast einen Rucksack. Alter, wir haben einen Rucksack. Jetzt wissen wir, wo die Bären herkommen, Digga. Ja, jetzt. Da ist Bird. Ich will mal wissen, warum sich ein Vogel an Ameisen reinmacht. Äh, Essen? Vorhin eine Ameise. Ne, ich denke mal, hier geht's dann los. Ja, damit geht's dann los. So, jetzt kann ich das hier drüben umändern zu. Ha, verarscht. Das kann ich nicht nochmal aufheben. Kann ich den Samen nochmal bewegen? Nö. Gibt's da hinten irgendwo? Jetzt nimm dir noch so eine Kack-Polle, Mann. Was passiert, wenn ich das jetzt zu so einem Ding mache? Das ist das auch eine Polle, toll. Ah, ja, okay. Oh, epic. Ich glaube, du musst dann, ähm, diesen Propeller-Scheiß machen. Ja, ich muss da drüben, das zu so. Warte, ich hab' ne Idee. Boah. Jetzt, ah! Was ist das hier drüben? Oh Gott, ich muss das Spiel noch ein bisschen checken. Ich will das in der Luft verlieren und dann da drauf holen. Nein, 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 nein. Nein, verdammte Scheiße. Kannst du diese komischen Dinger nicht transportieren? Nee, die Samen hier sind fest, leider. Jetzt nehm ich mir hier nochmal Anlauf. Oh, ja, voll. Hopp. Ha, hab's verarscht. Attacke! Ja, hat's. Grüne Bären! Hey, Milch-Power! Nein, 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 nein. Ich weiß nicht, an dem Lernier bin ich ganz oft verreckt. Ich weiß, da war mein L. Ich weiß es noch ganz genau In dem Level bin ich so fucking oft verreckt Warum darf er da nicht aufkommen oder was? Ne, darf er nicht Warum nicht? Weil er es nicht darf Was ist das? Nein, 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 nein Irgendwas da hinten vergessen Wir schreiten, nice, nice, nice Wir sind hier nicht bei COD, Digga Wow, oh mein Gott Wir schreiten, nice, mein Gott Flick oder was? Ja Redet der mit sich selbst? Okay, ich habe echt null Check, wo es jetzt hingeht Einfach geradeaus Ja, aber da war ein Dorn, bist du blind? Wollt rüberfliegen Geht nicht Äh, what the fuck? Ich würde sagen, verschissen kann das Oh, er kommt doch auf Ist doch aufgekommen, was ist los? Da hinten ist doch noch so eine scheiß Polle Da rechts Da bist du so nicht Ich glaube, du darfst jetzt rumlatschen Irgendwas Irgendwann Habe ich gelernt kriegt, dass man hier nicht aufkommen darf Da ist doch jetzt Ja Noch um denn nicht Das hatte irgendeinen ganz bestimmten Grund Und den weiß ich halt nicht mehr Was, eine goldene Beere Irgendwas war hier doch Äh Was Was Oh, Mensch Verarschen Jetzt reicht's Tricks 17 Und reiner Selbstverarschung Das war ja wieder klar Soll ich das zielen? Du lacht da hinten What the fuck? Das kann's nicht gewesen sein Das Level war mal übelst lang Okay, Leute Ich glaube, hier machen wir den ersten Cut Ich bedanke mich fürs Zuschauen Auch wenn das irgendwie nicht so alles ganz läuft Wie ich mir das vorgestellt habe Aber trotzdem danke Und bis dann Tschüss Ciao Ciao